Meine Einstellung zum und meine Identifikation mit dem VfB Stuttgart verändert sich dadurch allerdings nicht. Und am 19. zum Nachbericht zum 1 zu 3 gegen Bayer 04 Leverkusen. Wir gehen die Highlights durch. 2. Minute, Andrich 0 zu 1, 19. Schick 0 zu 2, 32. Andrich nochmal, aber diesmal rote Karte nach VAR. 38. Manga mit dem Anschlusstreffer 1 zu 2 und der 70. wird es der Schlusspunkt 1 zu 3. Der Startelf-Tipp war ein 9 von 11, da doch Mangala und Koulibaly, habe ich beide ja auch irgendwo genannt gehabt, noch im Vorbericht, aber halt nicht reingesetzt, gespielt haben. Statt eben Klimawitsch und Idafi bei mir in meinem Startelf-Tipp. Vielleicht ein bisschen überraschend, aber taktisch schon so gesehen völlig okay, völlig nachvollziehbar. Rückkehr von Comando Cannstatt war am Start. Wir haben auch in der Cannstatt-Kurve, ich habe es ja auch im Vlog gezeigt, den gerne mal abchecken, Plättchen bekommen. Also es sind wieder zurück die Kollegen da unten, auch wieder in den richtigen Stehplätzen jetzt seit dem Leverkusenspiel. Und ja, bei uns setzt sich schön diese Grätze fest, so schnell wie möglich sich ein Gegentor zu fangen. Es hatten wir schon oft in der Vergangenheit, das feiert gerade irgendwie wieder sein Comeback. Oder auch nach Anpfiff der zweiten Halbzeit war es öfter auch schon direkt drauf, die Gegentore zu kassieren. Auf rechts attackiert dann Massimo. Absolut überhaupt nicht. Da vorfällt, glaube ich, Endo den Ball recht leichtsinnig. Und dann, ja, geile Flanke vom Leverkusener. André steht richtig, hat auch recht viel Freiraum da und legt zu 0 zu 1 ein. Und das nach zwei Minuten, also noch schneller hinten gelegen, als noch im letzten Heimspiel gegen Freiburg. Das 0 zu 2 folgt dann einer 19-Minute. Hier haben sie sich zehn Minuten länger Zeit gelassen als die Freiburger. Kempf geht dann auch wieder halblebig zum Ball, wird dann von Würz dupiert, legt ab auf Schick. Ja, 0 zu 2. Dann die Szene, die uns wieder, ja, wenigstens irgendwie zurück ins Spiel holt zunächst, weil es sonst jetzt, glaube ich, noch, noch böser enden können. Zuerst gibt es Gelb für André. Dann nach der VAR-Ansicht wird die rote Karte ganz, ganz glasklar. Im Stadion aus der Zanz, wo ich saß, hat man es auch nicht richtig direkt gesehen. Aber brutales Foul von André ist da in der Sicht von Fouls auch ein Wiederholungstäter. Ja, halb hoch mit Stollen voraus ins Knie von Koulibaly. Also, wie es auch schon oft gelesen wurde, stimmt ja auch so, zum Glück hat er keinen festen Stand auf dem Boden, sonst wäre das der nächste gewesen mit einer Langzeitverletzung. Ganz übles Ding. André jetzt für drei Spiele Sperre bekommen. Ja, ist okay. Hätte vielleicht vier Spiele geben können, aber kann uns am Ende des Tages auch mehr oder minder Wurst sein. Damit hieß es für uns, 60 Minuten Überzahl. Und auch sechs Minuten nach der roten Karte kommen wir zurück ins Spiel. Freistoß, Marmoush, Mafopanum, starken Kopfball, auch eine starke Parade von Radetzky am Pfosten. Und dann Staubmangala eben da am Pfosten ab. 1 zu 2, vor der Halbzeit ein bisschen überlegen gewesen, aber auch wieder recht ertraglos. Und dann eben genau die gleiche Hoffnung gesetzt in der Halbzeitpause, in die zweite Halbzeit reingehofft, dass da jetzt was gehen muss. Gerade eine Überzahl, da ist so eine 51. rechte Kopfball von Marmoush, 60. Außennetztreffer, von einem der vielen Konter, dann natürlich von Leverkusen, von Diaby. Und dann halt am Ende des Tages war es wieder eine enttäuschende zweite Halbzeit. Weil man hat diese Überzahl überhaupt nicht gemerkt. Man hat keine klaren Torchancen gehabt. Man hat gemerkt, dass sie es versuchen, aber dass da gerade einfach gerade nicht mehr geht auch. Und vor allem auch vielleicht gegen Klubs wie Leverkusen einfach gerade nicht mehr möglich ist. Und dann nach wieder einigen Verstolpereien da irgendwie im Mittelfeld, scheitert Wirtz am schnellsten, nimmt sich das Ding und läuft allein aufs Tor zu. Eiskalt, 1 zu 3. Und auch wieder, wie bei jedem der drei Gegentore, auch wieder in der Entstehung absolut individuelle Fehler am Start. Ich meine, Zeit wäre auch nach der 70. Minute noch gewesen, also nach dem 1 zu 3, weil Leverkusen in der zweiten Halbzeit wirklich bei jeder Möglichkeit irgendwie auf Zeit gespielt hat. Gerade Radetzki öfter bei Abstößen. Aber auch am Ende die sechs Minuten Nachspielzeit haben nichts gebracht. Man verliert, verdient und auch irgendwo ja auch erwartet, irgendwo mit 1 zu 3. Am Ende, wie es um Madarazzo gesagt hat, kann man mit der Leistung nicht ganz zufrieden sein. Auch wieder, wie gesagt, diese Hoffnung in der zweiten Halbzeit und dann kam dann doch nichts. Trotzdem, wie gesagt, ist ja auch Leverkusen und keine Laufkundschaft. Trotzdem, schade, wie gesagt, Überzahl. Dazu hatten sie auch noch ein bisschen Eurodegendenknochen. Ist schade. Genauso schade finde ich es dann als Fan, dass am Ende beim typischen Gang vor die Kurve von der Mannschaft quasi nur noch die Hälfte der Mannschaft da war. Die halbe Mannschaft ist irgendwie schon in die Kabine gegangen. Das finde ich als Fan natürlich nicht wirklich cool. Und auch Dinos, habe ich erst in den Fernsehbildern gesehen, ist tatsächlich weinend in die Kabine gegangen. Die Tabelle wird für uns so natürlich jetzt wieder ein bisschen ungemütlicher. Platz 14. 9 zu 12 Tore ist auch schon auffällig. Aufsteiger Fürth ist eben auf 18 mit einem Punkt. Nächster Gegner, Aufsteiger Bochum, ist auf Platz 17 mit drei Punkten. Und eben Gladbach und Frankfurt, die sind noch unter uns. Und auch Bielefeld und Leipzig sind über uns. Haben alle vier Punkte. Genauso wie wir auch. Für uns, wie gesagt, am Sonntag geht es nach Bochum. Da haben wir wieder einen Stream am Start. Danach Hoffenheim heimspielen. Wenn dann Gladbach ausfährt. Die Verkursen bekommen zuerst Mainz. Und dann dürfen sie auswärts in Euroleague zu Celtic-Glasgau. Und dann auch Bielefeld auswärts in der Bundesliga. In Sachen mehr auf dem Match war es. Weil tatsächlich wieder recht schnell klar, wen ich da nehmen will. Welche drei ich da aufstelle. Dann natürlich wieder Voting im Community-Tab. Und eure eigene Meinung ab in die Kommentare damit. Nr. 1 bekommt Oren Mangala. Nach Kritik in Frankfurt auch von mir war er wieder stark. Hat stark aufgespielt. Auch das Tor erzielt. Und lustigerweise tatsächlich auch genau die 60 Minuten gespielt, die angekündigt wurden. Dass er dafür Kraft hätte. Weil genau in der 60. kam die Auswechslung. Dazu Karasor. Finde ich, hat ein sehr, sehr solides Spiel gemacht. Tatsächlich auch in dem Sinn. Klar ist es jetzt nicht schlecht, dass er nicht auffällig war. Aber in dem Sinn auffälliger als Endo auf der 6. Und dazu auch wieder Koulibaly. Der auch wieder viel gewirbelt hat und auch einiges einstecken musste. Und damit haben wir alle drei fürs Voting. Um wir die Tweets of the match nach dem Spiel und zum Spiel. Aber wir fangen an mit was vor dem Spiel. Und auch diesmal ausnahmsweise mal Instagram. Nämlich der Sven Mislintat. Offizieller Account hat gepostet. Mit diesem Bild hier. Ich respektiere, bedauere aber die Entscheidung von Thomas. Seinen Vertrag nicht verlängern zu wollen. Sehr. Meine Anstellung zum und meine Identifikation mit dem VfB Stuttgart. Verändert sich dadurch allerdings nicht. Entscheidend für konstant erfolgreiche Fußballclubs. Ist nie, wer geht es und immer, wer folgt. Ist ein schönes Statement. Und was er so auch an und für sich nicht hätte machen müssen. Aber er kommt natürlich in die Diskussion rein. Von wegen, er bleibt nur wenn Hitz bleibt. Was er jetzt noch nicht tut. Hat er vor dem Spiel ein bisschen aufgeklärt. Das klingt erstmal nach einem Statement. Nach einem absoluten Verbleib-Statement. Bei uns schon mal schön, dass er es gemacht hat. Aber mal gucken. Was jetzt genau dann die Auswirkungen von diesem Statement sind. Wie lange man sich daran halten kann im Fußball. Ist auch immer die Geschichte. Wie lange sich die Leute an solche Statements halten. Aber man hat Körner, glaube ich, da sehr, sehr Vertrauen, was das angeht. Dann kommen wir zum Tweet. Wir wissen alle, dass es nur um den Abstiegskampf geht. Und dass man gegen Leverkusen auch verlieren kann. Aber das war heute einfach scheiße. Ich glaube, mit dem Gefühl sind die meisten aus dem Stadion raus. Oder vom Spiel weggegangen dann. Wie gesagt, wir hatten jetzt auch einige Gegner. Ich glaube, im nächsten Tweet gleich. Gegen die man jetzt nicht die Punkte eingeplant hat. Aber trotzdem natürlich auch wieder mit Überzahlung und so. Ich habe es jetzt hier auch schon tausendmal gesagt. Ist einfach irgendwo schade und irgendwo auch ein bisschen enttäuschend. Dann kommen wir eben genau zu diesem Tweet hier. Vier Punkte nach fünf Spielen bei Gegnern wie Leverkusen, Rattenball und Frankfurt ist akzeptabel. Wenn man noch die Verletzungen betrachtet, die wichtigen Spiele kommen noch. Wie nächste Woche gegen Bochum. Da muss gepunktet werden. Dann hat der VfB nichts mit dem Abstieg zu tun. Ich glaube, dem kann man so zustimmen. Wie gesagt, ich glaube, Freiburg ist so das Spiel, wo es schade war, dass man nicht wenigstens einen Punkt mitgenommen hat. Aber sonst allzu viel mehr Punkte hätte man, glaube ich, auch nicht irgendwie verlangen können. Oder irgendwie fordern können. Realistischerweise gegen die Klubs, die wir bisher hatten. Da wird Bochum am Sonntag schon ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Und dann war es das von dem Nachbericht zum Leverkusen-Spiel. Ihr habt den Wochenplan bekommen jetzt auch schon. Im Community-Tab, auf Twitter, auf Instagram. Überall quasi immer wieder einen Wochenplan. Weil ich jetzt diese Woche ein bisschen genauer weiß mit den ganzen Streams und so. Es ist immer einfacher, das zu wissen, wann was kommt, als mit den Vlogs und so. Und gehe ich zum Spiel, gehe ich nicht zum Spiel. Ihr wisst, was ich meine. Deswegen, da wüsst du Bescheid, was da kommt die Woche lang. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.